Ja, hi Leute, und in diesem Video möchte ich dir mal zeigen, wie man auch mit so einer Tabelle arbeiten kann, weil Tabellen sind, muss man einfach mal sagen, in den iOS-Entwicklungen, ja, essentiell. Und hier möchte ich dir was ganz Cooles zeigen, und zwar, oft ist es ja so, dass man eine Tabelle zum Beispiel auch, ja, einen Wert verändern möchte. Ja, ich habe jetzt mal eine stinknormale, ganz normale Tabelle erstellt, und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal gedrückt halte, dann öffnet sich hier ein Fenster, und dann kann ich eine Änderung vornehmen. Und ich kann zum Beispiel hier mal reinschreiben, Test, drücke auf Ändern, und dann wird nämlich der Name Valtheits, also der Inhalt, der da drin war, eben geändert. Ja, das Ganze funktioniert jetzt bei Frank auch, ich halte gedrückt, also der Nutzer hält dann eben die Tabellenzeile gedrückt und schreibt hier irgendwas rein, Hallo, Welt, oder was auch immer, und drücke auf Ändern. Dann wird eben der Inhalt in dieser Tabellenzeile eben verändert. Und wie das funktioniert, wie man hier draufdrücken kann, also länger gedrückt halten, nicht nur ganz kurz, sondern der User muss schon länger gedrückt halten, dann öffnet sich hier so ein Fenster, beziehungsweise was passiert bei diesem länger gedrückt halten, das zeige ich dir, da kannst du reinschreiben, was du möchtest. Ja, da kann die App neu starten oder was auch immer. Und wie das Ganze funktioniert mit diesem länger gedrückt halten auf so einer einzelnen Tabellenzeile, das möchte ich dir jetzt einmal hier zeigen. So, und auch hier habe ich jetzt mal ein Projekt schon mal erstellt, damit das Ganze ein bisschen flotter geht, und zwar hier der ganz normale ViewController mit einer ganz normalen Tabelle. So, dafür gehört natürlich noch eine Datei, und das ist hier dieser ViewController.12. So, was habe ich hier gemacht? Hier habe ich jetzt zwei Extensions hinzugefügt, also zwei Erweiterungen, und zwar um die Protokolle. Also, ich habe einfach nichts anderes gemacht als diese, also wenn jemand dieses Extension zum ersten Mal sieht, das ist relativ simpel, wenn man sich dieses übersetzt, heißt das eben Erweiterung. Also, das heißt, ich erweite den ViewController, also die Klasse, das Ding hier, um ein Protokoll, und zwar dieses Protokoll. Ja, hier unten genau das gleiche Spiel. Ich erweitere die Klasse ViewController um das Protokoll UITableViewDataSource. Und dieses Protokoll ist ja bei Tabellen essentiell. Und zwar diese zwei Methoden hier, die hier, und die hier, muss ich bei einer Tabelle immer eben angeben, sonst meckert der. Warum muss ich das? Das ist auch logisch. Die Methode beschreibe ich halt, wie viele Tabellenzeilen ich überhaupt haben möchte insgesamt. Und die Methode beschreibt mir eben, wie so eine einzelne Tabellenzeile aussehen soll. Also, im Endeffekt, welcher Inhalt soll da drin stehen. In meinem Fall ist es nämlich so, dass ich hier oben einfach ein ganz normales Airway erstellt habe, mit ein paar Strings drin, also ein paar Namen. Und das ist jetzt mein Inhalt für diese Tabellenzeile. Und deswegen habe ich das ja hier gemacht, dass ich diesem Cell, also dieser Tabellenzeile, immer einen Namen übergebe, je nachdem, an welcher Stelle wir gerade sind, aus diesem Airway. So, wie bekommen wir das jetzt hin, dass wir da so lange gedrückt halten können? Und zwar, damit das Ganze funktioniert, muss ich diese Möglichkeit einer Tabellenzeile geben. Dementsprechend machen wir das auch nämlich hier in diese Methode, also hier rein. Hier rein schreibe ich jetzt mal ganz kurz einen Kommentar. Und zwar schreiben wir jetzt hier den Code rein, damit der Nutzer, wie gesagt, also länger auf dieser Tabellenzeile gedrückt halten kann. Und dann soll etwas aufgerufen werden. In unserem Fall wird das die Methode LongPress sein. Die habe ich jetzt nur so benannt. Die werden wir gleich implementieren. Die haben wir hier noch nicht. Die kannst du im Endeffekt auch benennen, wie du möchtest. Aber wie funktioniert das? Und zwar müssen wir das Ganze mit so einem Gesture Recognizer machen. Der eine oder andere kennt das vielleicht. Oft ist es ja so, dass man, ich habe das glaube ich auch mal schon mal gezeigt, dass wenn man auf so ein Image View, so ein Gesture Recognizer implementiert, dass wenn man da drauf drückt, dass man zum Beispiel ein Bild auswählen kann. Wie ihr das bei ganz vielen Apps eben so kennt. Fürs Profilfoto einmal auf dieses Standardfoto drauf drücken und dann öffnet sich eben die Fotos, dass man ein Foto auswählen kann. Und zwar nenne ich das ganze Ding mal auch direkt LongPress Recognizer. So, gleich UI Long und da gibt es tatsächlich auch eine Klasse für. Und zwar heißt die eben tatsächlich auch UI LongPress Gesture Recognizer. So, das nehmen wir jetzt und dann machen wir Klammer auf. Und dann gibt es hier nämlich jetzt ein Initializer mit Target und so ein Action Ding hier. So, Target wird sein Self, also das heißt nichts anderes als, dass der View Controller diese Methode aufrufen wird, sobald eben auf dieser Tabellenzahl länger gedrückt wird. Und was soll denn überhaupt aufgerufen werden, das müssen wir jetzt hier in dieser Action sagen. Und zwar machen wir das mit einem sogenannten Selector, Selector, Klammer auf, Klammer zu. Und hier schreiben wir jetzt den Methodennamen auf, der aufgerufen werden soll. Also welche Methode, die haben wir jetzt noch nicht implementiert, aber ich nenne die jetzt mal LongPress, Klammer auf, Klammer zu. Da soll auch was übergeben werden. So, nämlich ein, werden wir gleich sehen, da wird nämlich was übergeben, nämlich der Sender. Aber wie gesagt, kommen wir gleich nochmal zu. So, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir dieser Tabellenzeile, die hier erstellt wird, explizit sagen, hey, du bekommst jetzt hier so einen Recognizer. Und wie machen wir das? Sell.at und dafür gibt es extra eine Methode, die heißt nämlich AddGestureRecognizer und dann fügen wir einmal unseren LongPressRecognizer einmal hinzu. So, der Mac hat nämlich jetzt hier, weil es LongPress noch nicht gibt, diese Methode müssen wir einmal implementieren und das Ganze machen wir hier einmal in unserer ViewDidLoad. Beziehungsweise, Entschuldigung, nicht ViewDidLoad, sondern ViewController. Also sind wir hier in unserem ViewController, genau, und hier schreiben wir das Ganze mal rein. Dadurch, dass wir das mit dem Selector machen, müssen wir hier dieses AddObject nehmen. Dann nehme ich mir mal den Namen hier, LongPress, füge das Ganze mal hinzu, Klammer auf, Klammer zu. Hier wird nämlich ein Parameter übergeben und den müssen wir jetzt hier mal reinschreiben. Und zwar ist das nämlich folgendes. Sender ist vom Typ UI, Gesture, Gesture, GestureRecognizer. Und natürlich, weil es eine Methode ist, müssen wir natürlich noch hier Funk hinschreiben. Was heißt das? Das heißt jetzt, der Nutzer hat jetzt die Möglichkeit, mit dem Ding hier auf so einer Tabellenzeile gedrückt zu halten. Und wenn der das Ganze gedrückt hält, wird diese Methode LongPress einmal aufgerufen. Und damit wir überprüfen können, ob das funktioniert, machen wir hier mal einen ganz normalen Printbefehl rein. Und sagen einmal mal Test oder irgendwas schreiben wir da rein. Starten das Ganze mal. Und jetzt sollte das ganze Verhalten nämlich so sein, wenn ich jetzt auf dieser Tabellen aus von der Zeile gedrückt halte, sollte mir nämlich hier unten Test stehen. Und tatsächlich, wenn ich gedrückt halte, dann steht hier immer Test. Nochmal hier bei Fragen halte ich gedrückt und dann sehen wir überall, wie Test, Test, Test kommt. So, das funktioniert also schon mal. So, und im nächsten Video schauen wir uns jetzt mal an, wie wir das hinbekommen, dass wir so ein Alertfenster öffnen, damit wir eben zum Beispiel den Inhalt an der jeweiligen Tabellen, also an der Zeile eben verändern können. Also. So, wir sehen uns jetzt mal an, wie wir das hinbekommen,